Salzburg nähert sich Kurt Yara und Silvan Wallner, Gott! Zeitgleich erlebt Österreich eine Wiener Fußball-Renaissance und endlich, nach 6416 Tagen des Wartens, der GRK gewinnt ein Bundesligaspiel. Wir sind die ANSA-Konferenz, wir lieben Logos, aber auch Wappen. Let's go! Ich bin zu abtäuschen, aber wir sollten da sein, von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen. Und am Platz gehst du natürlich zu der Sache. Wir haben gefühlt 26 Themen und 99 User-Fragen zu beantworten. Wir haben jetzt schon eigentlich keine Zeit mehr, Harald, aber so viel Zeit muss sein. Der Patrick ist in Estland und daher meine Frage an dich. Wer ist der einzige Österreicher, der estnischer Meister wurde? Du hast genau 5 Sekunden Zeit. Kevin Friesenpickler? Nein, der hat nie in Estland gespielt. In Lettland hat er gar nicht gespielt. Nein, Toni Tipuric, aus der Simmeringer Jugend sogar einer. Da schau her. Der 2014 mit Levaria Thalin damals estnischer Meister geworden ist. Ich kenne nur Martin Pom. Ja, stimmt. Goalie damals in den 90er Jahren, aber es hat glaube ich drei Österreicher gegeben. Bernhard Schachner, Toni Tipuric und der dritte, der ist mir jetzt leider empfohlen. Aber es hat auf jeden Fall drei gegeben, die in Estland auch gespielt haben. Aber zurück zu den österreichischen News und zum wankenden riesen Red Bull Salzburg. Da würde das Thema gerne mit einer Userfrage vom Hans beginnen, Harald. In wenigen Jahren vom Dubelsieger-Abo über die titellose Saison bis zum Liga-Mittelmaß. Dazu stapeln sich die Vereinsinternen Negativrekorde. Ist die Red Bull-Ära endgültig vorbei? Nein. Also, ja, schaut gerade ein bisschen schlecht aus für sie. Aber ich glaube nicht, dass jetzt dieses ganze Gebilde Red Bull zusammenstürzt, nur weil da jetzt einmal, muss man schon sagen, ein richtig schwacher Herbst dabei ist. Wie erklärst du dir diese, also im Vergleich zur Feier-No-Party, wo man ja eigentlich wieder geglaubt hat, ja okay, das ist jetzt wieder die Wiedergeburt von Red Bull, von diesem Pepp-Linders-Fußball, der wirklich attraktiv war zu dieser Partie, die wir am Sonntag jetzt gesehen haben? Ich tue mir inzwischen wirklich schwer, eine Erklärung zu finden. Ich denke, man muss inzwischen echte Charakterfrage stellen, was diese Mannschaft angeht. Wenn man sich das Spiel gegen Blau-Weiß angeschaut hat und diese absurde Zahl an unnötigen Fehlern, vor allem in der Defensive, kann man niemandem erklären, dass diese Mannschaft da mit vollem Fokus nach Linz gefahren ist und mit vollem Fokus auftreten ist. Bevor wir jetzt zu sehr auf Salzburg reindreschen, müssen wir auch einmal Blau-Weiß-Linz loben, 2 zu 0. Letzte Saison hat man schon Red Bull geknackt, damals noch in Salzburg, jetzt auch erstmals in Linz. Das war schon auch eine richtig gute Partie der Königsblauen, weil vor allem das 2 zu 0 damit ist ja Salzburg eigentlich auch noch sehr gut bedient gewesen. Normalerweise müssen die vier, fünf Tore machen in dem Spiel. Also das war absurd, dass man das sagen muss nach einem 2 zu 0-Sieg gegen Salzburg, aber es war fast schon fahrlässig, wie sie mit den Chancen umgegangen sind. Aber sie haben es richtig stark gemacht, vor allem im Umschalten und die Konter, wie sie sie ausgespielt haben, wie sie die verunsicherte Salzburger Defensive angepresst haben, war schon richtig gut. Ronny Waldo mit dem 1 zu 0, nach einem Blackout von Cabaldo, also da hast du es eh schon angesprochen. Vor allem in der Defensive Salzburg mit so vielen Eigenfehlern, da hätte ja wirklich viel mehr passieren können, eigentlich passieren müssen, trotzdem dominanter war natürlich Salzburg, ich glaube die haben einen Ballbesitz gehabt von 74% oder so, aber die waren einfach komplett ideenlos über 90 Minuten. Ich glaube insgesamt vier Torschüsse, davon keiner aufs Tor. Vor allem in der Offensive zieht sich sie jetzt inzwischen schon durch. Sie haben 273 Spielminuten in der Bundesliga nicht getroffen. Was ein Wahnsinn ist, gab es zuletzt unter Kurt Yara im Spätsommer 2010. Was, Kurt Yara 2010 kann jetzt sein? Ja, das kann nicht sein richtig. Nein, 2010 war glaube ich Hübste-Event oder so. Absolut, der Hübste-Event im Spätsommer 2010, damals mit einem gewissen Schorkin-Bogossian. Ja, okay. Der Transferflop schlechthin von Red Bull Salzburg. Nein, es ist generell die schlechteste Bilanz von Red Bull Salzburg nach den ersten elf Spielen seit der RB Premiersaison 2005-2006. Damals unter Kurt Yara gab es einen richtigen Stolperstart in diese neue Ära. Man war nur Vorletzter nach neun Runden. Schlussendlich ist man noch Vizemeister geworden hinter der Austria. Aber da sehen wir einen kurzen Teletext-Rückblick, wo man eben auch sieht, die Tabellen nach elf Runden, damals eben die Austria auf der 1, der FC Pasching, dicht gefolgt. Und das löst immer wieder nostalgische Momente in mir. In den Salzburgern eher nicht. Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn du die Torschützenliste anschaust mit Marek Kinzel, Sanel Kulic, Basina, Ruschfeld, Moski, Mutschiri, das waren halt schon auch coole Zeiten im Grunde. Und für Salzburg eben weniger. Trotzdem ist man dann ja erst in den Tritt gekommen. Ich habe jetzt aber bei dieser Salzburger Mannschaft nicht das Gefühl, dass die zu sich finden. Also man glaubt immer wieder nach diesem 3 zu 0 gegen die WSG im Cup war jetzt nicht so vielsagend wie eigentlich dieser Sieg gegen Feyenoord. Aber dass du dann so einen Leistungsabfall hast innerhalb von wenigen Tagen. Und ich glaube, du hast das ja auch schon angesprochen. Ich glaube, das ist ein Charaktertest, der einfach komplett schief gegangen ist. Und irgendwo sind die Prioritäten von dieser Mannschaft, von diesen Spielern scheinbar komplett woanders. Sie müssen jetzt schauen, dass sie sich irgendwie in die Winterpause rüber retten, ohne da allzu großen Schaden zu nehmen und dann an diesem Kader arbeiten. Nicht nur mit diesem Kader, sondern tatsächlich am Kader arbeiten. Ich meine, der Julian hat auf Instagram gefragt, wieso spielt FC Salzburg so schlecht? Das ist schwer zu erklären, lieber Julian. Der HBS hat die Frage gestellt, werden Leinders und Seon Buchner bis zur Winterpause im Amt bleiben oder vorher freigestellt? Und was ist eurer Meinung? Wie kann es passieren, Feyenoord zu schlagen und gegen Blauweiß zu verlieren? Ich behaupte, Pepp Leinders erreicht die Mannschaft nicht und sie haben trotz ihm in Rotterdam gewonnen. Glaubst du, hat er irgendwie so den Kontakt zur Mannschaft verloren? Ich meine, jetzt zumindest in der Partie ja, weil er auf der Tribüne war. Sprich, er hat wenig Kontakt gehabt. Und dennoch? Ja, da tue ich mir von außen ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Ich meine, es ist ja schon mal zu lesen gewesen, dass vor allem Bejicic und Clark, seine zwei Liverpool-Burschen, dass er die von Anfang an dermaßen forciert hat, dass das nicht überall in der Mannschaft gut angekommen ist. Also ja, es mag sein, dass da vor allem noch nahe ist der ein oder andere unzufrieden. Und noch nahe ist die Stimmung jetzt nicht bestens. Wie weit Pepp Leinders die Kabine verloren hat, wie man so schön sagt, tue ich mir schwer, das zu beurteilen. Ja, eh, natürlich. Ich meine, man kann dann immer trotzdem nur so ins blaue Rotten, was passiert ist, ein bisschen so zwischen den Zeilen. Also das, was mir eben jetzt aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass sie jetzt auch kein Spieler vor den Trainer gestellt hat. Und dass Pepp Leinders ja schon des Öfteren auch schon medial angezählt worden ist, dass er sehr kritisiert worden ist. Und oftmals ist es dann auch so, dass ein, zwei Spieler dann vorangehen und in Interviews ja ganz sich klar eigentlich vor dem Trainer stellen. Und das ist meiner Meinung nach, vielleicht vertue ich mich jetzt auch und ich habe irgendwelche Interviews übersehen, aber das war meiner Meinung nach in dieser Saison noch nicht der Fall. Hätte ich auch nicht in Erinnerung so, ja. Und du kennst es ja, oder? Dann sagst du halt irgendwie, wenn du zum Trainer stehst, ja, nein, es ist, wir sind schuld, der Trainer macht alles richtig, bla bla bla. Ob das dann immer alles richtig ist, was derjenige da vor der Kamera und ins Mikro sagt, weiß man auch nicht. Aber trotzdem, das sind so die Dinge, die mir eben auch auffallen. Ich meine, auch jetzt die Interviews nach dem Spiel gegen Blau-Weiß-Linns, ein Mats Bistrup hat es ja ganz klar gesagt, das war einfach scheiße. Und ein Alexander Schlager, das habe ich eigentlich noch interessanter gefunden, hat angesprochen, dass Salzburg die Baseline fehlt. Also so eine Basis, auf die man immer zurückgreifen kann, wo man weiß, das funktioniert. Auch wenn es jetzt ja vielleicht eine ganze große Hurra-Fußball ist. Das kann man in gewisser Weise schon als Trainerkritik auch verstehen. Weil für die Baseline, und die Baseline ist ja eigentlich ja, ja, taktische Automatismen, die greifen, ist halt schon das Trainerteam verantwortlich. Wie sehr ist auch ein Bernhard Seeumbugner für die aktuelle Performance verantwortlich? Er muss zumindest nach außen hin den Kader verantworten. Dass der jetzt nicht allein auf seine Kappe geht, sondern dass da übergeordnet Mario Gomez zum Beispiel auch schon sein Wörtchen mitredet, etc. ist jetzt auch kein Geheimnis. Nach außen hin muss er den Kader verantworten. Und ja, wie wir es schon angesprochen haben, irgendwas passt in diesem Kader nicht. Ich glaube, das ist, ich habe den Vergleich, glaube ich, irgendwann mal in einer Zwarte-Konferenz gemacht, aber ich nehme ihn jetzt wieder her, weil ich finde, dass es eigentlich ganz gut passt. Ich würde jetzt einmal Red Bull Salzburg mit einer Immobilie vergleichen. Mit einem wunderschönen Wohnhaus in einer wirklich sehr guten Gegend. Und das ist, über Jahre hinweg hast du ein richtig schönes Wohnhaus aufgebaut, mit einer soliden Basis, ersten, zweiten, dritten, vierten Stöcke. Das schaut alles pipi-fein aus und obendrauf hast du jetzt fünf geile Dachgeschosswohnungen hingebaut. Und ich glaube, das Problem ist, dass sie Salzburg in den letzten Jahren nur mehr um die Dachgeschosswohnungen gekümmert haben, weil sie damit natürlich auch Kohle machen können und die Basis komplett vernachlässigt haben. Die Baseline. Verstehst du den Vergleich? Nein. Ja, aber ich finde den nicht passend. Ich verstehe, aber ich finde den nicht passend. Was ist die wunderschöne Gegend? Die österreichische Bundesliga? Ja. Wie schaut neben diesem Haus, das du jetzt beschrieben hast, dann jenes von Hartberg aus? Ich komme aus der Gegend von Hartberg. Ich kann jetzt auch nichts sagen gegen Hartberg. Das ist jetzt eine gemeine Frage von dir. Es sind ja alle Gegenden schön. Nein, jetzt konzentriere dich nicht auf die Gegend. Es geht mir jetzt auch darum, okay, dann nimm die Gegend weg und sag einfach, du hast einfach auf ein Wohnhaus konzentriert, um das aufzubauen. Und jetzt ist aber die Basis des Erdgeschosses und die ersten Stöcke, die sind danach. Aber dann hast du jetzt gerade vorher metaphorisch gesagt, Salzburg hat Leichen im Keller und die noch nicht wegräumt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Was? Du hast gesagt, sie haben sich nur auf das oben konzentriert und das unten verfallt so langsam. Ja, aber das heißt ja dann nicht, dass sie Leichen im Keller haben. Ja, das ist generell ein schwieriges Spiel in Österreich, würde ich jetzt mal sagen. Hiko Neymar hat die Frage gestellt, kann Salzburg unter Leinders überhaupt Meister werden? Und ich schließe gleich die Frage von RB Jan an. Wird Salzburg im unteren Playoff endlich wieder attraktiven Fußball spielen, Harald? Ist das... Warum muss ich eigentlich immer die schwierigen Fragen beantworten? Wieso? Ja, weil du kannst mir eh die Fragen stellen, aber du stößt mir keine Frage. Achso. Okay. Ich glaube, puh. Ich meine, das wäre Wahnsinn, wenn Salzburg es nicht da oben reinschafft. Ja? Ganz ausschließend würde ich es nicht mehr. Aber sagen wir so, also wenn sie es nicht schaffen, dann wird auch Pep Leinders nicht Meister werden mit Salzburg, denn dann ist seine Zeit glaube ich auch in Salzburg vorbei. Egal wie positiv er das vielleicht noch versucht zu verkaufen, aber ich glaube nicht, dass er dann noch eine weitere Saison eine Chance bekommt. Ja, bin ich bei dir. Ich würde jetzt einmal sagen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was hat vielleicht auch Jürgen Klopp ab dem kommenden Jahr mit der Entwicklung in Salzburg zu tun? Florian Haunschild hat auf YouTube gefragt, wird Klopp im Jänner übergangsmäßig Salzburg übernehmen? Ja, natürlich nicht. Also das hat Jürgen Klopp auch in vielen Interviews im Grunde schon angekündigt, dass er sich da wirklich auch im Hintergrund, ich meine im Hintergrund jetzt nicht, aber er wird auch präsent sein. Er hat das auch, glaube ich, bei Einfach mal Luppen beim Podcast von Toni Kroos erwähnt, dass er überall eigentlich zu sehen sein wird, auch in Salzburg, aber sicherlich nicht auf der Trainerbank. Das ist auszuschließen. Da glaube ich eher noch an eine Rückholaktion von Roger Schmidt. Das wäre vielleicht eher einer, den ich mir vorstellen könnte, der im Grunde auch diesen RB-Fußball, wie er damals entwickelt worden ist, unter Ralf Rangic, ja auch mit gestartet hat eigentlich. Das war ja damals der Startschuss des RB-Fußballs in Salzburg, so wie wir ihn aktuell kennen. Und der Hansi Hintermoser hat via YouTube die Frage gestellt, welche erfahrenen Spieler könnten Salzburg weiterhelfen? Klammer auf, realistisch, Klammer zu. Ich bin für die unrealistischen Picks, du für die realistischen. Sehr gut. Ich fange einmal unrealistisch an. Also schau, ich habe es mir mal angeschaut auf Transfermarkt, welche Spieler denn nun momentan zu haben. Ein Oma Solé könnte vielleicht dieser defensive Stabilität verleihen, aber ich glaube, das wird nichts. Also das kann man nicht unter realistisch einordnen. Und des Weiteren sind natürlich Spieler wie ein Sergio Ramos, auch vereinslos. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich mir aber gut eigentlich als wirklichen Leader in dieser Mannschaft vorstellen könnte, aber der ist zu viel Fußballromantiker, deshalb wird er nicht nach Salzburg gehen. Weil Chris Klammer sucht eben seit ein paar Monaten auch einen neuen Verein und das wäre im Grunde einer, der in der Schaltzentrale spielen könnte. Ein Lautsprecher, einer der sich gut mitteilen kann, einer der einen guten Wertekompass hat. Ich glaube, der könnte einer Mannschaft sehr viel geben. Ich glaube aber nicht, dass er nach Salzburg wechselt. Ich finde, Salzburg sollte Wallen und Bärischer vom Lassk holen. Ja, hat damals funktioniert, ganz ehrlich. Das war für mich einer, der eine Ehre geprägt hat. Ja, aber ja, wieso denn ich nicht? Also ja, von dem her, ich kann es mir zwar eigentlich auch nicht wirklich vorstellen, aber ja, hätte natürlich auch seinen Reiz, den vielleicht wieder zurückzuholen. Kurz auch nochmal die Offensive angesprochen. Nur 15 Tore in elf Spielen. Salzburg hat, ja, zwei Spiele weniger und dennoch aktuell die viert schlechteste Offensive der Bundesliga. Nur zwei Tore in den letzten Bundesliga-Runden. Was? Nur zwei Tore in den letzten? In den letzten fünf Bundesliga-Runden. Da habe ich die Zahl vergessen. Der Fünfer hat gefällt mir. Es gibt einen Menschen, der offensiv liefert, so wie man es sich ungefähr vorgestellt hat. Das ist Oskar Kloch, mit fünf Toren und zwei Assists. Der Rest, ja, da geht es nicht mehr. Zwei Tore, Karim Konaté, zwei Tore, Moussaiello, zwei Tore, Mats Pistrup, Peter Rackhoff und Edmund Baidou. Ein Tor. That's it. Das ist die Bundesliga-Torschütze und das ist das FC Red Bull Salzburg. Das ist ein Wahnsinn. In dieser Saison sind die einfach achtmal schon ohne Tor geblieben. Achtmal Red Bull Salzburg mit diesen Spielern, mit diesen heißen Transferaktien da vorne. Und wenn du den Vergleich ziehst zur Saison 2019, 2020, da hatte man nach elf Runden, kurzer Vergleich, aktuell 15 Tore, damals nach elf Runden 47 Tore. 47 Tore. Was ist denn das für eine abartige Saison gewesen? Klar, mit Schobuschlei, mit Haaland und Co. Aber dennoch, 47 Tore in elf Runden musst du mal erzielen. Das ist ein Schnitt von über vier. Echt, ich komplettiere. Also ich weiß es auch nicht. Momentan, es ist einfach der Wurm drin. Auch in der Formtabelle der letzten fünf Runden ist man auf Platz sieben, einen Platz hinter dem GRK. Und ich würde sagen, da bleiben wir gleich beim GRK. Denn die sind jetzt in dieser Formtabelle eben auf Platz sechs vorgerückt. Auch weil es am Wochenende endlich geklappt hat, der Sieg gegen die WSG. Könnte das der Brustlöser sein in dieser Saison für die Grazer? Das ist dem GRK zu wünschen. Haben Sie sich hart erarbeitet, den Sieg? Ja wirklich. Also das war jetzt wirklich schon fällig. Und ich habe eigentlich so ein bisschen den Glauben daran verloren, weil so die ersten sieben Runden hat man das Gefühl gehabt, sie sind auf Augenhöhe, sie sind auf Schlagdistanz. Man hat einfach nur immer dieses Pech gehabt und das fehlende Glück war dann entscheidend, dass man halt nicht als Sieger vom Platz gegangen ist. Und die letzten Runden waren dann, also unter Poms hat es dann schon so ein paar Phasen gegeben, wo man gesehen hat, okay das könnte doch was werden. Aber die Mannschaft war einfach so verunsichert und ich glaube dann im Nachhinein ist man halt immer gescheiter, aber ich glaube dann ist eben so ein neuer Impuls, ein neuer Trainer auch wichtig. Egal wer kommt, egal wer geht, würde ich jetzt mal sagen. Was ich spannend gefunden habe war, wenn man sich die Starthilfe anschaut, nur zwei Neuzugänge und sonst eigentlich die Liga-2-Aufstiegsmannschaft, die in der ersten Saison Sieg fixiert hat. Also Peter Filippowitsch und Gio Gipot, die einzigen zwei. Ja und ich glaube auch, dass diese Rückkehr zu dieser Erfolgsmannschaft der Vorsaison ein guter Weg ist, denn du hast einfach da eine Mannschaft geformt in den letzten zwei Jahren von Gernot Messner, der einfach auch funktioniert hat. Und das haben wir in den letzten Jahren eh immer wieder gesehen, wenn ein Liga-2-Aufsteiger zu viel verändert hat, zu viele neue Spieler da reingebracht hat, dann hast du im Grunde ein bisschen diese Aufstiegseuphorie gebrochen. Das hat, glaube ich, der René Poms vielleicht jetzt auch richtig erkannt. Er hat gesagt, ich gebe denen das Vertrauen und also Sieg gesehen, Daniel Materner hat wieder so funktioniert, wie er eigentlich in der Vorsaison funktioniert hat mit diesem 1-0-Flanke von Benni Rosenberger richtig stark aufgestiegen. Das sind die Tore, das sind die Situationen, die er eben auch braucht. Ja, also für ihn definitiv immens wichtig, dieses Tor erzielt zu haben und ja. Also ich glaube schon, dass dieser Sieg was mit dem GRK macht. Ja, glaube ich nämlich auch. Erster Sieg seit 17 Jahren, genauer gesagt 6.416 Tage, damals am 18. April 2007. Wir machen einen kurzen Foto-Rückblick. 2-1 damals gegen die Austria, die Torschützen für den GRK Didi Berchtold und Rade Czokic. Und das war schon so im Nachhinein schon legendäre Spieler, die damals am Platz waren. Also bei beiden Mannschaften. Lars Söndergaard hat ja damals Trainer, sein Co-Trainer Klaus Schmidt. Sasso von Etzi gespielt, Kutschabi, Erika Kotto, Markus Hieden, Mario Mestorowitsch. Reit gestürmt. Samir Muratovic hat nicht gestürmt, Entschuldigung. Gestürmt hat... Der 32-Punkte-Mann. Roland Kollmann. Ja. Rolf Landal damals in der Startelf des GRK. Und legendäre Finne, Thomas Usumicki. Ja, stimmt. Ja, aber auf der Gegenseite halt auch. Ich meine, der Austria-Sturm mit Lafata Wallner. Und Aigner. Brandgefährlich. Und Aigner. Und Aigner war er damals auch noch? Okay. Lafata Wallner, Hannes Aigner, der Austria unter Georg Zellhofer. Eingewechselt, Andi Schicker. Ja, und Christoph Sauerer in der Startformation. Christoph Sauerer in der Startformation. Das erste und letzte Mal, dass Christoph Sauerer in der Startformation einer Austria-Elf gestanden ist. Nö. Ah, gut. Historisches Spiel damals. Vor heißen 4500 Menschen in der UPC-Arena. Ja, da haben sie jetzt im Grunde ja auch gleich viel. Ich glaube, gegen die WSG waren auch um die 4800. Da müssen wir nochmal beim Fancheck vom Richie anschauen, ob es mehr waren. Aber im Grunde auf dem selben Niveau. Und ja, schauen wir mal. Also ich glaube, das Restprogramm des GRK… Das waren 4500 und 10. Und wie viel waren es damals? 4500. Also 10 weniger. 10 mehr. Also Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen. Restprogramm vom GRK. 2024. Auswärtssetzer gegen Blau-Weiß-Linz nach der Länderspielpause. Zuhause gegen den WRC. Und dann zuhause gegen Hartberg. Gibt man am Ende des Jahres noch die rote Laterne ab? Ja. Müsste jetzt aber nicht sagen an wen. Ja, dann halt noch eine Schlussfrage. Vom Wolfgang. Hat der GRK mit dem langersehnten Sieg den Fluch beendet und siegt nun weiter Richtung sicherer Klassenhalt oder bleibt es beim Zittern bis zum bitteren Ende? Ich glaube auch. Also das ist jetzt mal ein Sieg. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Partien. Allein durch die Punkteteilung wird das ein langes Zittern werden. Glaube ich nämlich auch. So, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem Rundenrückblick. Ich sage nicht gerne was, aber... Das hat mit Respekt nichts zu tun. Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter. Arme Junge. Sowas geht einfach nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was die uns hinschicken. Verstehe ich nicht. Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat. Wirklich, da braucht man nicht diskutieren. Aber über die 90 Minuten gesehen... Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig. So viele Fehlentscheidungen, obwohl... Mit welchem Schiedsrichter? Obwohl jemand daneben stand. Mit welchem? Linienrichter oder Schiedsrichter? Das ist für mich respektlos. War das für mich eine richtig schlechte Leistung? Aus. Schnitzel mit Pommes. Nicht nur in Linz und Gras wurde gekickt, sondern es gab noch vier weitere Spiele und die geben wir uns jetzt im runden Rückblick. Wir starten mit den beiden Wiener Vereinen und genauer gesagt mit der Austriere. Der nächste Dreier der Fehlchen, Harald. War ein dreckiger Sieg, kann man wohl so sagen. Das war richtig dreckig. 1 zu 0 in Wolfsburg. Ich glaube, das wissen Sie bis heute nicht genau, wie das funktioniert hat. Aber ja, ist halt bezeichnend für die aktuelle Serie und die Form der Austriere, dass sie dann halt auch solche Spiele 1 zu 0 gewinnt. Ja, aber es ist ja wirklich ein Déjà-vu-Erlebnis. Es ist immer so, dass die Gegner die Anfangsphase einer Partie dominieren. Erste Halbzeit rettet sich die Austriere irgendwie so in die Kabine und im zweiten Durchgang schlagen sie ein-, zweimal zu. In dem Fall halt nur einmal. Und es reicht dann für drei Punkte. Das war ja auch die einzige ernsthafte Offensivaktion in dem Spiel, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Ja. Einmal Dominik Fitzwimmer entwischt und Melon sagt Danke. Also da hast du halt jetzt einen da drinnen, der eben die Gnedler reinmacht. Das ist halt das Wichtige für die Austriere. Und nochmal eine Statistik, um das nochmal zu unterstreichen, dass die Austriere nach dem Seitenwechsel viel torgefährlicher ist. 14 der 19 Saisontore erzielten die Feilchen in der zweiten Halbzeit. Das ist der Bestwert nach Sturmkrantz, die 18 Tore im zweiten Durchgang erzielt haben. Im Grunde hat es eh, du hast es ja gesagt, eine Szene hat gereicht. Dominik Fitz auf der rechten Seite durchgestartet, ein bisschen schneller gewesen als Niki Wimmer. Und Melon hat dann im Grunde nur mehr Danke sagen müssen. Der Linus fragt dich, Hannes. Der FK steht nun bei sieben Siegen in Folge. Seht ihr sie als Titelanwärter oder ist es doch nur eine Glücksträhne? Und woher kommt der plötzliche Aufschwung nach dem mehr als bescheidenen Saisonstart? Also als Titelanwärter sehe ich sie nicht. Ich würde aber auch nicht von einer Glücksträhne sprechen, denn irgendwann wandelt sie Glück in Können um und das ist bei der Austriere mittlerweile der Fall. Irgendwann wandelt sich nicht Können in Glück um? Nein, Glück in Können. Das Glück des Tüchtigen. Das Glück des Tüchtigen. Nein, und das ist Glück, das ist ja wurscht. Das Glück des Fähigen. Das ist ja meine Redewendung, die du jetzt gerade versucht zu etablieren und du versuchst das zu torpedieren von der Seite. Nein, ich finde das ist gut. Irgendwann wandelt sich Glück zu Können um. Das macht Sinn, finde ich. Doch, wenn es immer wieder doch, du hast immer wieder Glück und dann kannst du aber nicht mehr von Glück sprechen. Wenn ich nicht dreimal hintereinander einen Sechser würfel, ist es Glück beim vierten Mal, wenn du es dann gekannt. Aber du kannst nicht siebenmal hintereinander einen Sechser würfeln. Dann ist Können. Dann sage ich, Alter, der Harald, bist du deppert, Alter, kein anderer kann so gut würfeln wie der Harald. Du musst natürlich auch sagen, der Harald, ihr seid ein bisschen nervös, weil sein Bruder heute am Regie-Pult sitzt. Und weil mir der Patrick auf der rechten Flanke fehlt. Ja, stimmt. Estland, haben wir eh schon gesagt. Ich glaube, der Titel am Wert ist ein bisschen zu hoch. Dafür ist der Fußball, den die Austria in dieser Saison zeigt, jetzt nicht so überragend. Klar, könnte es auch sein, dass das über Weiterstrecken, dass du da wirklich dein Selbstvertrauen tankst und dass der Fußball dann auch immer besser wird. Schauen wir mal. Also ich versuche jetzt gerade diesen passenden Vergleich zu finden. Wenn du dir zurück erinnerst, der GRK vor zwei Jahren, wo es am letzten Spieltag dann nicht funktioniert hat, wo es dann ja in Dornbirn untergegangen sind und nicht aufgestiegen sind, da war die Hinrunde eigentlich auch fußballerisch echt brutal mäßig. Also sehr mau. Und dann haben sie sich aber trotzdem immer wieder irgendwie belohnt. Mit Glück. Mit Können. Und dann ist aus diesem Glück Können geworden. Und auf einmal haben sie eine Serie gestartet und sind in einen Flow gekommen. Ich meine spannend wird es für... Es ist eh gut, dass sie jetzt ihre Punkte sammelt, weil spannend wird es halt dann tatsächlich im neuen Jahr. Dann wird ja aus der Stadt mit dem Spielgangssturm Rapid und Salzburg in den Februar. Ja, aber wenn man da als Dritter in das neue Jahr startet oder vielleicht sogar als Zweiter, dann startet man auf jeden Fall mit einer fetten Brust, würde ich mal sagen, in diese ersten drei Spiele. Also ich bin... Hast du schon Gansl gegessen? Nein, ich mag aber keinen Gansl. Ich verstehe das nicht. Dieser Hype vom Gansl essen macht für mich keinen Sinn. No Go Wien, Harald fragte ich. Sind der FAK und SCR reif für den Titelkampf? Ziehen beide gemeinsam in den Europacup ein? Wie wichtig ist Burgstaller doch noch für Rapid? Wie stark hat sich bitte schon ein Radlinger seit Saisonstart gesteigert? Wo wäre Rapid mit guter Chancenauswertung die beiden Top-Defensiven der Liga? Kann ich mal eine Frage aussuchen? Nein, jetzt alle. Nein, im Grunde nehmen wir ja gleich ein bisschen die Rapid-Party mit. FAK und Rapid reif für den Titelkampf. 50% davon schon. Ja, Rapid ist reif für den Titelkampf. Die Austausch schauen wir mal, wie lang und ob sie sich da etablieren kann in diesem Titelkampf. Ziehen beide gemeinsam in den Europacup ein. Halte ich für sehr wahrscheinlich. 75%. Wie wichtig ist Burgstaller doch noch für Rapid? Wann war er nicht wichtig? Ja, da wo der Bellio jetzt alles getroffen hat. Ja, aber trotzdem ist er wichtig für Rapid. Ja. Wie stark hat sich bitte Shahin Radlinger seit Saisonstart gesteigert? Ja, ich meine, der hat jetzt eine Saison mehr oder weniger ohne Pflichtspiel in den Händen, sagt man das bei Turmin und so. Ja. Wurscht. Und man merkt halt jetzt erstens einmal natürlich mit der Zu-Null-Serie, die es da zwischenzeitlich gegeben hat und so weiter, dass die Brust wächst. Er ist wieder im Flow, wie man so schön sagt. Wo wäre Rapid mit guter Chancenauswertung? Ja, ein paar Punkte werden da noch drin gewesen, sag ich mal. Ja. Aber sagen wir so, auch so Spiele gegen Hardback, die hätten auch anders ausgehen können. Also von dem her, sie sind auf Platz 2, sie sind im Titelkampf drinnen, sie sind da ganz vorne. Also von dem her, ich glaube, das spiegelt schon auch das Können von Rapid momentan wieder. Und ja, da vorne wäre noch mehr möglich. Aber ich bin auch geflasht von Guido Burgstaller, dass der einfach über einen so langen Zeitraum auch mit dem Alter einfach auch noch funktioniert. Denn ich finde ja nett, dass Guido Burgstaller jetzt einen Fußball spielt, der sehr intensiv, hohe Intensität hat der Fußball, den Guido Burgstaller spielt. Und da geht man eher davon aus, je älter du wirst, desto ruhiger oder weniger Power hast du. Aber der verliert die Power einfach nicht. Und der arbeitet weiterhin immer von Minute 1 bis 90 und macht seine Wege. Dann haben sie das Malocher-Gen halt auf Schalke eingeimpft. Ja eh. Aber das ist, ich glaube, als Gegenspieler ist der Guido Burgstaller, ich glaube, das ist so ein richtiger, dreckiger Gegenspieler. Der tut da weh, ich meine gar nicht so bewusst, aber ich glaube, der hat so richtig Eisenfüße. Wenn du in einen Zweikampf gehst, dann tut einfach dein ganzer Körper weh. Und sowas brauchst du eben da vorne. Und der hat auch die Wege freigeschaufelt in den letzten Wochen, Monaten auch für Bellio. Und jetzt trifft er endlich wieder. Also war damals schon eine richtig gute Rückholaktion. Habe ich mir damals nicht gekommen sein. Ich habe mir gedacht, dass das floppt, diese Rückholaktion damals. Wirklich? Ich glaube, ich habe irgendwann mal in der Redaktion gesagt, der schießt in der ersten Saison Minimum, also Maximum fünf Tore oder so. Und dann ist er da schützen können. So kann man sich auch täuschen. Was passiert? Bleiben wir bei Rapid. 2 zu 0 gegen Austria Klagenfurt gewonnen. Burgstaller mit einem Treffer, Schaub mit einem Treffer. Gegen ein wirklich schwaches Austria Klagenfurt. Vor allem in der ersten Hälfte. Ja. Muss man auch dazu sagen. Nur ein Bischof in der Startelf. Oft seine Beine oder Köpfe, oder seine Köpfe, seinen Kopf im Spiel gehabt, wenn es gefährlich worden ist. Ja, keine Ahnung, welchen Kopf er sonst noch hat. Alles gut. Louis Schaub, 20 Euro Punkte. Ja. Macht er stark mit dem Kopf, denn er sieht es auf guter Burgstaller. Generell eine schöne Aktion von Rapid über Auer, Bischof und Schaub. Und dann Burgstaller eben mit der Vollstreckung. Es ist erst sein zweites Bundesliga-Tor gewesen in der Saison. Erstmals seit der achten Runde getroffen und für Louis Schaub war es ja im Grunde das erste Bundesliga-Tor seit dem 1. April 2018, damals gegen den SV Mattersburg. Vizifakt, Burgstaller in den Jungbrunnen gefallen? Nein. Gut. Ich finde auch, dass zum Beispiel Burgstaller, je älter er geworden ist, desto besser ist er geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, der war ja damals zu Wiener Neustadt oder aus der Kärnten, nein, Wiener Neustadt. Da war er schon immer der, der immer nur die Seite beackert hat und der ist dann irgendwann einmal mehr und mehr in dieses Zentrum, in diese wirkliche Stimmenposition. Genau. Und da hat er dann wirklich erst seine Stärken noch besser ausspielen können, finde ich. Ja. Meine Meinung dazu. Revcam. Premiere in der österreichischen Bundesliga. Ja, warte, da hat sich eh eine Frage gegeben, pass auf, von Wolfgang, wie ist eure Meinung zur Schiedsrichterkamera bei Rapid Klagenfurt zum ersten Mal im Einsatz? Unnötiger Schnickschnack oder positive Neuheit? Ich brauch's nicht. Ja, weil ich lebe. Ja, nein. Aber es war... Alter, was ganz cool ist, ist die Kommunikation mitzubekommen. Ähm... Sonst... Ja, eh. Das haben wir eh schon öfter irgendwo gesehen. Also Revcam, das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Das war ja, glaube ich, vor... War das nicht, dass Salzburg einmal gegen die Bayern, glaube ich, so ein Freundschaftsspiel gehabt hat. Da hat es, glaube ich, auch... Nein, da hat es ein Player-Camp sogar gegeben. Spieler-Camp. Also mir war eigentlich auch wurscht. Also ich brauch's nicht. Also für mich ist dadurch das Erlebnis, ein Fußballmatch zu schauen, steigert's nicht. Ich hätte gerne eine fixe Kamera im Meidlinger Keller. Ja, das wäre interessanter, ja. Da immer mal wieder reinzuschauen. Aber... Nein. Also... Ja, eh ganz nett, aber... Ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen, dass man das dann immer hat und dass das so cool ist. Nein, ich glaube nicht. Aber gut, das ist meine subjektive Meinung. Machen wir weiter mit der Partie SC Alltag gegen den Lask. Die Linzer haben dominiert, habe aber wenig Torchancen im Grunde rausgespielt. Dann das 1 zu 0 von Althoch durch Pascal Estrada. Ja, aber was für ein Tor. Der ist Innenverteidiger. Er ist aber abverschrissen. Abverschrissen. Ja, aber wie hat er denn gemacht? Ja. Hast du das nicht gesehen? Das ist, glaube ich, nicht mehr genau. Den hat er so hinterrücks rein geschlänzt. Ja. Und? Wie viele Punkte hast du gebracht? Ja... Nein, ich sag dir nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen ein Schöngeister. Ja, eben eher Schöngeister. Ja, scheinbar, wenn man unsere Logo-Tierliste anschaut und die Kommentare darunter, bin ich doch kein Schöngeist. Zumindest sehen das viele so. Ja, und dann Max Endrup. Ich meine, vor allem der Ausgleich. Beim 0 zu 1 und quasi ein paar Sandkörner nur mehr in der Uhr, so eine Kombination hinzulegen. Ja, stimmt. Und Max Endrup dann noch mit dem Gurkensalat. Hat er tatsächlich zwei Gurken geschoben am Weg zu dem Tor. Ja. Alle Achtung. Ja, und dass er halt dann noch einen nachlegt. Und dann legt er halt noch einen nach und war auch von Jubicic schön vorbereitet. Ja, generell. Richtig gute Quote. Max Endrup beim Lask. Vier Tore in sieben Spielen. Der trifft in der Bundesliga alle 77 Minuten. Also wenn der jetzt immer wieder in der Startformation ran darf. Ich glaube, da kommen noch einige Tore hinzu. Auf der Gegenseite, Trainereffekt komplett verpufft. Ich meine, ich glaube Ingolic war bis jetzt sehr nah dran immer. Ich meine, du verlierst 1 zu 2 gegen Red Bull, spielst 2 zu 2 gegen Lagenfurt, verlierst 0 zu 1 gegen die WSG und jetzt eben 1 zu 2 gegen den Larsen. Bringst das halt nicht über die Zeit und stehst dann mit leeren Händen da. Und das sind die Poten, die wirklich, wirklich wehtun. Also ich glaube, das wird eine richtig schwere Saison für Alpach. In Game Time Show hat geschrieben, Janko meint heute, die Erwartungshaltung vom Verein, Vorstand und die Realität ist bei Alpach sehr weit auseinander. Wird durch diese Diskrepanz im Winter wieder ein neuer Trainer geholt, wenn die Spielverläufe so weitergehen oder wird bis zum Saisonende am Trainer festgehalten? Ich glaube nicht, dass Altsach im Winter den Trainer wechselt. Das wäre ein kompletter Irrsinn. Kann man aber gut vorstellen, wenn es so weitergeht, dass sie im Laufe des Frühjahrs noch einmal reagieren. Also wenn es brenzlig werden sollte in den letzten Runden, dann kann immer wieder mal so, keine Ahnung, Klaus Schmidt wird einmal wieder reaktiviert, oder? Ja, kann sich der kurz karenzieren lassen für vier Wochen in Monaco oder so. Stimmt natürlich, das ist in Monaco. Ja, aber irgendein Feuerwehrmann, der für die letzte Runde gekocht wird, aber schauen wir mal. Bruno Labbadia. Bruno Labbadia will aber glaube ich nicht mehr als Feuerwehrmann gesehen werden. Der wird beim Alptach anruft. Dann hebt er nicht ab. Ich glaube, der hat andere Angebote. Aber wurscht. Da habe ich nämlich auch vor ein paar Wochen ein längeres Interview mit dem Podcast gehört, wo er auch gesagt hat, der muss jetzt nicht alles annehmen. Ich glaube, österreichischer Abstiegskampf ist nicht etwas, wo er sagt, uh geil, jetzt bin ich wieder zurück. Na? Na, glaube ich nicht. Aber wurscht. Alltag auf jeden Fall seit 10 Spielen ohne Sieg und mittlerweile Punkte gleich mit dem GRK auf Platz 11 bzw. 12. Und zum Abschluss noch das Steirer-Duell, nicht Derby. TSV Apeg gegen Sturm Graz. Wie stark sind eigentlich die Blackies nach Standards? Siga. Beide Tore nach Standards getroffen. Chukwani mit dem 1-0 nach einer Horvath-Decke und auch nach dem Seitenwechsel. Ja, Dimchi. Aber ich meine, wo greift der an? Ich meine, der hat so ein bisschen Ronaldo-Vibes in mir getriggert. Wie hoch der gestanden ist in der Luft. Ich meine, der ist ja grundsätzlich schon relativ groß. Ja. Und ja, naja, richtig stark und da sind halt die, ja, so kann man halt Spiele auch entscheiden, die halt jetzt vielleicht nicht so super laufen. Ähm, ja, ich meine, wenn man sich Sturm in den letzten Wochen anschaut in der Liga, ist das halt echt titelverteidiger-reif. Sehr souverän, ja. Also sie wirken nicht so, als würden es wackeln, so wie es eigentlich am Anfang der Saison so ein bisschen das Gefühl hatte, weil es spielerisch nicht wirklich funktioniert hat. Und wo ich mir gedacht habe, okay, schauen wir mal, ob diese neu formierte Mannschaft funktioniert. Aber, ähm, man ist wieder back on track und auf Platz eins, also was willst du da kritisieren? Einzig die Punkteausbeute in der Champions League ist in der Saison eher überschaubar. Aber trotzdem, Bundesliga schaut das schon alles sehr gut aus bei Sturm Graz auf der Gegenseite. Erste Heimniederlage von Manfred Schmidt als Haberg-Trainer. Davor hat man Blau-Weiß-Lins Alltag und die WSG zuhause besiegt. Sehr gut. Wir machen... Entschuldigung nochmal. Das war nix. Das war... Passt. Wir machen eine kurze Werbepause. Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann zurück mit Fuck Answer-Konferenz. Wir machen weiter mit unserer Rubrik Fuck Answer-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von Simon1911. Wie viel Austria-Siege in Folge braucht es noch, bis sich Harald einen riesigen Helm auf die Brust tätowiert? Habe ich schon, aber ich darf mich nicht ausziehen. Wieso? Du darfst ja ausziehen. Das hat familiär verboten. Darf mich nicht ausziehen. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt ein Helm-Helm ist oder ob es ein Stefan-Helm ist. Das werden nur die Menschen herausfinden, die mich im Freibord sehen. Vielleicht der Marc, was der Marc vielleicht, dein Bruder mehr, ob du einen Helm tätowiert hast oder wie du generell nackt ausschaust. Ja, er sagt mit einem Finger auf den Mund, er will dir nichts verraten. Alles klar, dann machen wir weiter. David. Wieso ist Rojao der beste Innenverteidiger der Bundesliga und warum ist Svetkovic der Zweitbeste? Zusatz vom lieben Kollegen Fabian Bär, der hat geschrieben, weil Wüthrich verletzt ist. Sehr gute Antwort. Finde ich gut. Aber das spielen schon in einer Liga, würde ich sagen. Also Rojao und Svetkovic, die haben sich gefunden. Das ist ein perfektes Match in der Innenverteidigung. Da kann man auch rapid nur gratulieren zu den zwei Neuzugängen. Also Svetkovic, auch früher natürlich. Ja, aber im Grunde lange Zeit verletzt gewesen. Wolfgang Essener, die Frage haben wir schon, glaube ich, beantwortet. Patrick Stillig via YouTube. Seht ihr einen Dreikampf im Abstiegskampf zwischen WSG, Altdach und dem GRK? Und könnt ihr euch vorstellen, dass Salzburg erstmals die Top 6 verpasst? Ja, WSG kann ich mir gut vorstellen, dass sie unten noch reinrutschen nach der Punkterteilung. Ich glaube, die kommen schlechter Wecker zu sein. Das Gefühl sind sie schon stabil. Aber ja, sie tun sich halt schwer, das Ganze dann auch tatsächlich regelmäßiger in Punkte umzumünzen. Deswegen, wie gesagt, also ich sehe den BRK und Altdach da auf jeden Fall im Kampf gegen den Abstieg. WSG gut möglich, dass sie reinrutschen. Muss aber nicht sein. Salzburg haben wir ja schon besprochen. Salzburg haben wir ja besprochen. Schauen wir uns noch ein paar Runden an. Es kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen bei Salzburg. Denn, wie gesagt, die Qualität ist vorhanden. Man muss einfach nur richtig formen. Am Ende, wenn die mir das gehört. Ja, deswegen zu dieser Anfangsfrage, dass die Red Bull-Ära vorbei ist. Ich meine, das glaube ich nicht. Es kann natürlich noch einmal ein Saison-Ausrutscher passieren. Aber es ist ein temporärer Ausfall. Aber die RB-Ära, die haben einfach so einen finanziellen Vorsprung, den kannst du nicht einholen. Und wie man es eh schon des Öfteren auch in den letzten Episoden oder in der Saison oder in dem Jahr schon gesagt haben, die spielen nächstes Jahr Klub-Weltmeisterschaft. Da kommt richtig viel Kohle erst in die Kassen. Also die können sich eigentlich auch eine Saison ohne Champions League leisten. Das fällt, glaube ich, finanziell gar nicht so schwer ins Gewicht. Das sind dann eher die Transfers, die vielleicht die Transfererlöse, die in den kommenden Jahren ein bisschen weniger werden könnten, wenn es nicht abliefern. Ich glaube, das finde ich, wer der für Oskar Kloch vielleicht ein paar Millionen Euro am Tisch legt. Ja eh, Karim Konatik, glaube ich, ja. Dr. Hugo Sanchez. Wie kann Silvan Wallner aus religiösen Gründen aufhören zu spielen, wenn er mit dem Fußballgott himself Gottivaldo im Karer steht? Das ist schon eine skurrile Geschichte. Gottivaldo. Ja, habe ich ja gesagt. Gottivaldo. Achso, Entschuldigung. Gottivaldo. Ja. Silvan Wallner hat sich dazu entschlossen, seine Karriere als Profi-Fußballer zu beenden, weil er am Samstag nicht Fußball spielen will, sondern am Tag des Herrn quasi nicht arbeiten. Ich meine, wir haben es vor der Aufnahme eh schon kurz angesprochen. Johann Follanten war auch eine ähnliche Situation, glaube ich, weil er damals zwar nicht bei seiner Salzburg-Zeit, sondern ich glaube, als er dann nach Kolumbien gewechselt ist, hat er irgendwo vertraglich festgehalten, dass er am Samstag nicht spielen will. Kirche der siebentertag-Adventisten. Hat aber Silvan Wallner gesagt? Er hat gesagt, er ist bei keiner Kirche dabei. Ja. Ich glaube, der Blick hat geschrieben, dass er bei den siebentertag-Adventisten ist und dass er es daran liegt. Abschließend, Jack Grilic. Angenommen, Ronivaldo wäre nicht 35, sondern 25. Für wie viel würde er Blau-Weiß verlassen und wer wird Torschützenkönig? Das ist eine gute Frage, weil wenn du dir das Setup von Ronivaldo anschaust, diese Torquote in der Saison, in der Vorsaison, dass er eben dreimal Torschützenkönig in der österreichischen 2. Liga geworden ist, dann wäre er natürlich nicht so neu. Ronivaldo wäre nicht von 21 bis 25 in der 2. Saisonliga gewesen mit der Torquote. Ich glaube, dass Ronivaldo für nicht viel Geld wechseln würde im Alter von 25 Jahren. Wieso? Sondern für 1,2 Millionen Euro von Red Bull Salzburg gekauft werden würde. Was? Ja. Ich glaube, Red Bull Salzburg wird Ronivaldo, wird Blau-Weiß-Lins Ronivaldo abkauft. Nein, nein, wir spielen das jetzt so durch. Er ist dreimal Torschützenkönig geworden in der 2. Liga. Das ist ja unrealistisch. Schau mal an. Entschuldigung, das ist ein was wäre wenn. Er ist dreimal Torschützenkönig geworden in der 2. Liga von 20 bis 23. Dann ist er mit Blau-Weiß-Lins aufgestiegen. Er hat eine letzte Saison Top-Torquote gehabt. Jetzt der 8-Treffer, wenn ich mich nicht täusche. Und du sagst, er wird für 1,2 Millionen dann wechseln? Zu Red Bull Salzburger. Ich glaube schon, dass er Blau-Weiß bessere Angebote hätte. Aber ich glaube, Ronivaldo wird zu Red Bull gehen. Ich glaube, 5 bis 10 Millionen. Zu? Irgendwo ins Ausland. Irgendwo ins Ausland ist jetzt sehr unkreativ. Okay, dann wechselt er zu Augsburg. Ah, die Schicker holen ihn nach vorne. Ja, die ist gehoffen. Wäre natürlich aufgelegt. So an sich, Ronivaldo bringt den nicht so viele Dinge mit, dass sein Transfermarkt hoch ist. Weil er eigentlich jetzt kein großgewachsener Stürmer ist. Aber er ist trotzdem im Kopfball stark. Aber davor ist er einfach schon bei vielen Spielerberatern eigentlich durch, wenn du eine gewisse Körpergröße nicht erfüllst als Stürmer. Dann bist du schon, wenn es dann 75er ist, nein, der kommt nicht einmal in meiner Listen vor. Oder Ronivaldo 7,4 Millionen nach Saudi-Arabien. Ja. Brasilianer? Wäre Ronivaldo in diesem Gedankenspiel Brasilianer oder Österreicher? Dann wäre er natürlich Brasilianer. Ja. Also Brasilianer hast du einen höheren Markt als Österreicher. So ehrlich, müssen wir da sein. Okay, aber wenn er 25 wäre, dann würde er aber glaube ich auch vielleicht für das Nationalteam spielen. Fürs brasilianische? Nein, für das österreichische. Dann hätte er die Chance für das österreichische Nationalteam zu spielen. Ja, klar. Hätte er fix gespielt. Ja, fix. Dann schauen wir vielleicht, spielt er ja draußen. Gut, das waren die Userfragen. Und zum Abschluss noch das Lowlinez-Tippspiel. Ich bin in der Gruppe Lowlinez-Stammtisch mittlerweile auf Platz 20 mit einer Trefferquote von 46%. Der Harald auf Platz 30 und der Patrick auf Platz 33. Harald, du tippst halt durch. Sehr gerne. Ja? Bist du bereit? Ja. Red Bull Salzburg gegen den Lask? 2 zu 1. Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt? 2 zu 0. WSG Tirol gegen Rapid? 1 zu 1. WRC gegen Altach? 1 zu 0. Blau-Weiß-Lins gegen den GRK? 0 zu 0. Und Saustar Wien gegen Haberg? 1 zu 1. Was ist mit dir? Du hast so viel 1 zu 1 wie es geht Tirol gegen Rapid und Austria. Du glaubst also, dass die... Was hast du bei Sturm tippt? Das habe ich schon wieder alles vergessen. 2 zu 0, glaube ich, habe ich gesagt. Und du glaubst, dass der Sturm jetzt in der Runde... Der Gewinner der Runde. Gewinner der Runde Sturm Graz? Da bin ich gespannt. Wie war's heute? Mal wieder zu zweit? Jawohl. Okay. Du musst noch etwas Wichtiges sagen. Was will ich sagen? Apropos zu zweit, wir brauchen... Apropos, wir brauchen Verstärkung. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Video-Content Creator. Also bitte bewerbt euch und vielleicht werdet ihr künftig dann den Platz, den der Marc heute inne hat. Wir dürfen ihn nicht sagen, weil er nicht gezeigt werden will, aber er schaut im Grunde ähnlich aus wie der Harald. Und der hat ohne Scheiß fast die gleiche Stimme. Fast 1 zu 1 die gleiche Stimme wie der Harald. Das ist eigentlich das Kranke. Wir packen den Link zur Bewerbung in die Show Notes. Schaffst du das? Wir packen den Link vom Marc seinen Facebook-Account an. Ich weiß gar nicht, ob er einen Facebook-Account hat, aber ist egal. Ja, wir packen den Bewerbungslink natürlich in die Show Notes auf YouTube und auch im Podcatcher eures Vertrauens. Das war die Episode 26 der Answer-Konferenz. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sehen uns spätestens nach der Länderspielpause wieder. Bis dorthin, bleibt sportlich, lasst es rollen und immer schön locker durch die Hose atmen. Tschau. Tschau.